Willst du hier runter? Sieht so aus. Sieht so aus, dann müsste das hier rausgehen. Okay. Königin. Ah, jetzt ist sie zurück, jetzt ist sie hier runter. Kann ich hier zurück wahrscheinlich, oder? Die Eier werden noch nicht mehr produziert. Ich bin wahrscheinlich wieder zurück. Noch mutig. Nö. Du einfach machst mir da noch nicht viel. Wo muss ich denn hier lang? Da war ich doch auch. Ich war doch nicht mal hier. Geht auch nicht mehr weiter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wo ich hier langlaufen muss. Haben ja nicht so viele Türen hier, also so viel aus waren wir ja nicht. Nur hier lang? Geht auch nicht. Geht auch nicht. Also irgendwie muss es doch hier weiter gehen. Ich irre bisschen rum, ich merke, ich weiß, also... Ich komme noch nicht, ich komme noch nicht mehr hoch. Äh, komme ich hier noch nicht lang? Ähm, ja. Vielleicht... Vielleicht dahinter. Ja. Hier geht auch nicht weiter. Ich habe in der Ohrle gedrückt. Ja, gute Frage hier. Ich weiß nicht genau, hier ist die Königin runter, also so schön. Aber wie komme ich denn hier wieder raus? Ich weiß es nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Ja, das ist... Die beste aller Fragen. Wie komme ich hier wieder zurück? Ja, das ist... Tolle, tolle Nummer. Da geht es auch raus, aber... Muss ich überhaupt hier lang? Ich weiß es doch nicht. Da geht es auch nur... Da geht es auch nur in die eine Richtung. Hier auch nur, also... Irgendwie komme ich hier ja nicht weiter. Das ganze ist komplex für mich. Ich komme hier doch wieder hoch. Ich glaube ja nicht. Hm. Tja, ich habe kein Atemzimmer. Da ist der Eingang. Aber das bringt mir auch nichts, weil ich auch nicht da hoch komme. Ich komme hier nicht weiter. Also... Irgendwas fehlt hier. Irgendwas habe ich wieder übersehen, ey. Der Lava hat auch nichts bestimmen. Nein. Bestimmt nicht. Die töten alle zu, aber... Wo komme ich denn hier weiter? Tut der jetzt da rein? Aha. Muss ich doch gerade da rein, offenbar. Boah, ist das komplex. So, da ist mein... Da ist ein Trudelion. Läuft ein bisschen... Zögerlich. Noch ein bisschen langsam, aber... Muss ich doch da in die Eierproduktion rein. Ja, das Level haben wir geschafft, Mann. Aber irgendwie... Wie lange... Ein willkommener... Alliator. Kapitel 6. Ähm... The natives of this world have many names for the worm, and in this time it is commonly known as the alien form. Thousands of years ago, the original isolation that builds the haunting grounds under our suppression, referred to them as the great serpents. Um... 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 Ja... Ähm... Die Zivilisation, die ursprünglich diesen Tempel hier, diesen Pyramiden hier gebaut hat... ...hat die... Hat für die, äh... Hat für die Aliens den Namen... große Schlange und heutzutage heißen die Hälfte Elien einfach oder Zinomorphe und deswegen ein Ende das Ding auch Tempel der Schlange so wie jetzt hier gelandet ne Scheiße würde ich sagen ja es gibt dort die bessere Orte Prozent hier schlüpft wenigstens ist das beabsichtigt oder was ist denn mein Glück oder warten jetzt einfach bis ich ich trau mich hier gar nicht da durchzulaufen muss ich auch hier hin also warum ist alles so verrückt hier Tote Facehacker überall so ein willkommener Alliator wahrscheinlich nur einer Kollege vermutlich würde jetzt Sinn mehr geben weil wozu ist der sonst wo ist denn der sonst alle tote Eier mein Glück ein Glück aber auch nützt ja nix wenn euch nicht weiterkommt ich krieg ja zufrieden ich glaub das war ein Fehler ich glaub das war ein Fehler ich glaub man darf die einfach nie angreifen diese Eier man darf die nicht angreifen man muss irgendwie da hoch nur um dann fest so schnell dass die nicht weiter geht oder so ich weiß ja nicht was kapitel 5 ich hab aber so viel hinter uns gab da gar mitgekriegt wie hieß denn das vierte die fünfte kapitel hab ich doch einen ein bisschen lang wie sind wir unter wo ich nicht hin will was ist das denn was ist das denn hier muss das denn wo soll es denn weitergehen was denn da ist passiert ist da wohl irgendwas passiert welche Eier kaputt gegangen aber ist irgendwas ich hab keine Ahnung mal wieder ich renne hier ein bisschen ziellos in die Gegend ich merke ich weiß ja dass ich auch keine Ahnung da ich keine Ahnung habe da ist die Tür auf gegangen ah facky face hack face hack mich doch nee spari ich mir also gar nicht weiter ist einfach ne Falle da wenn immer so Dinge umgeht aber wo komm ich denn hier weiter wo muss ich da jetzt so rüberspringen ah ok wenn du auf den richtigen Ort kommst an wo man runter geht hat man wieder so eine Art Sinn man darf halt nicht durch das Nest laufen ach du scheiße äh nein da kommt er ohja naja gut der Fetz wäre besser als lebendig zwar gerade schade mit dem Kopf aber was soll er sein ne der finale Plasmacaster sein ooooh ist das ewe weiß gar nicht wie lange ich schon wieder im Gange bin hier hab kein Zeitgefühl glaub nicht 2 Stunden vielleicht schon da ist die Leiche von unserem Vertreter Freund wird der Schäfer wird das wird das dann wird das Vieh nicht langweil sein weil die Lagen das war der Falle was zum Teufel was zum Teufel was zum Teufel macht er einfach mal mit einem hau mit einem hau mit einem mazugi tot so wie niemand im Kopf oder weil mein Kopf ist weg Puh man muss aber man man lernt das Training als Predator hier das stimmt wohl man lernt wirklich zu jagen wo wo wurde erwischt wie auch immer er das gemacht hat aber wie Daniel da will ich noch nicht hin Jungen Film nimmt ja durch Suriken aber ich hab jetzt keine Suriken dabei gehabt und für einen und ist das für zwei ist das bisschen doof wer hat sich eigentlich dabei gedacht was gedacht diese Viecher so zu vergötzen ey ah der Kampfschlange gegen was was werden wir denn hier genannt ist das hier ne wir werden nicht genannt wir haben keinen Namen für die wir sind einfach nur die Götter wir sind Götter genau das war es wir sind Götter genau das war es wir sind irgendwie Reihenfolge machen hier wir sind gut oder schlecht das war schlecht das war schlecht was ist das hier wieder für ein Raum muss hier wieder irgendwas muss ich wieder auf die Symbole achten machen nicht wahr das ist ja Elgin Symbol wahrscheinlich der Böse Elgin Logo ist immer böse ja sieht fast so aus als wäre das wirklich so auf dieses Elgin Symbol darf man ja nie drücken ist immer noch böse ذه das geht nicht weiter das geht jetzt weiter aber ich bin nicht sehr erfreut das geht jetzt weiter aber ich bin nicht sehr erfreut Ich bin nicht sehr erfreut über diese Gesellschaft hier, also... Einfach nicht sehr erfreut, es gibt deutlich bessere Orte, wo ich lieber wäre. Auch als für Data. Immerhin kann ich besser diesen Facer gar noch. Das stimmt. Ja, toll. Alles gleich aus hier. König ist ja hier noch irgendwo eingeflossen. Ja! So muss das, so sieht die Arbeit eines Predators aus. Die Tür ist zu, nur um ein Labyrinth zu laufen. So wie gesagt, kein ganz großes Labyrinth wäre ganz übel. Und wo da lang? Keine Chance. Wenn die einmal, wenn die einmal erwischen... Dann muss ich da gleich noch, gleich nach links abbiegen. Die einmal weiß ich's ja. Man, diese Königingeräusche. Die wiederholen Musik gehen wir auch noch auf den Sack, ey. Immer dieselbe. Immer dieselbe Musik hier. So. Da ist zu, da geht's auch nicht weiter. Äh... Oder? Huh! Was zum tollen Loch. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Nein. Na, hier geht's nicht. Hier rutschen die höchstens rein, die Leute. Geht er doch nicht davon. Geht er nur in dieses Loch da. Wo die halt herkommt und der... Was ist denn hier los? Nur die Besten überleben. Hier geht's runter. Und eigentlich dieser letzte Plasma-Caster. Aha, hier ist auch wieder eine Statue errichtet worden. Sieht auch sehr imposant aus, ne? Ein aufgespießtes Alien. Oh, ich krieg hier die Krise. Noch einer. Er hat mich auch erwischt. Ist das ekelhaft, ey. Das ist einfach voll schwer, weil du nur eine Grenze von Munition hast.